Hallo ihr Liebelein, Mini Outfit of the Day. Es ist brüllend heiß, es hat zwar gerade geregnet, aber es klebt alles und... So, mein Lieblingsring, mein neuer, mein kleines Armband, das ich euch schon gezeigt hatte von Ernstings Family. Das aus dem einen Schnäppchen holt, weiß ich gar nicht, die habe ich mal beim Kick gekauft, für 3 Euro oder so, glaube ich. Nicht viel Make-up im Gesicht, eine getönte Tagescreme und meine Lip Butter von Astro in Hug Me. Das ist das Gegenstück zu dem unifarbenen Jumper, den ich kürzlich hatte, wo ich euch gefragt habe, ob ich den tragen kann. Ich hatte eigentlich auch so Pumpbeinchen, nicht so lang, nur bis zum Knie und die habe ich jetzt einfach unten dieses Pumpige abgeschnitten und umgeschlagen. Ja, wird mir wohl noch irgendjemand festnähen müssen. Ja, das dazu, ihr merkt, ich bin auch total kurzatmig. Oh, es ist echt heftig. Aber ich will nicht jammeln. Vor 5 Wochen hatten wir noch den Kamin an, deswegen habe ich gesagt, ich will nicht jammeln, wenn es warm wird. Alles Liebe erstmal von hier, bis denn, tschüss. Alles Liebe erstmal von hier, bis denn, tschüss. Alles Liebe, bis denn, tschüss. Alles Liebe, bis denn, tschüss. Alles Liebe, bis denn, tschüss. Vielen Dank.